Weihnachtsstimmung in der Christuskirche. Zum sechsten Mal spielt die Gladbacher Remember Band ihre Christmas Classics. Auch diesmal mit viel Gefühl und einer guten Mischung deutscher und internationaler Weihnachtslieder. Es war wieder großartig, Publikum dabei, obwohl es, ob bei ruhigen Nummern oder bei schnellen Nummern, sind die Leute aufgestanden, bei ruhigen zugehört, ganz, ganz still und haben sich in den Kirchenbenk zurückgelehnt. Jetzt ist Weihnachtszeit, eine gute Zeit, das Schönste ist, zusammen sein. Für alles gibt's ein erstes Mal. Sängerin Sandra Wolters feierte bei der beliebten Konzertreihe ihren persönlichen Einstand bei der Remember Band. Es war sehr spannend und hat sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Wenn man sich Leute anguckt, die sich einfach unglaublich freuen oder man sieht, dass die Leute spontan mitmachen, es gibt zu viele kleine Highlights, um jetzt eins herauszuheben. Mit der Resonanz im Gotteshaus waren die Musiker mehr als zufrieden. Rund 3000 Zuschauer fanden an sieben ausverkauften Konzerten den Weg zu den Christmas Classics. Überhaupt die Atmosphäre, die war ganz toll und wie die Leute mitgegangen sind, das war schon einmalig. Und dass sie auch zu uns gekommen sind und mitten im Gang gespielt haben, das war eine tolle Sache. Einstimmung so auf Adventszeit, also passt da einfach und super. Ja, die Lieder sind halt aktuelle, die gespielt werden und das ist das, was auch peppig rüberkommt und das macht auch Spaß. Mir hat es gut gefallen. Ich fand es sehr schön mit der, also die Musik war teilweise sehr anrührig, manchmal auch flott und popfig, peppig. Die Christmas Classics mausern sich langsam aber sicher zur Tradition. Daher geht die Konzertreihe nächstes Jahr bereits in die siebte Runde.